So einigen unter euch dürfte das typische Windows 11 Upgrade Dilemma bekannt sein. Neben den sehr strengen Systemvoraussetzungen, wie das häufig diskutierte TPM 2.0, sind aber Secure Boot und die GPT-Partitionstabelle, die mit der UEFI-Firmware generell mit einhergehen, ebenso von Notwendigkeit. Zumindest offiziell. Workarounds bzw. Umgehungen gibt es natürlich so gut wie immer. Was aber, wenn ihr keine frische Installation, sondern auf Windows 11 aufrüsten wollt, aber euer bestehendes Betriebssystem Windows 10 auf der altmodischen Legacy-MBR-Partitionstabelle basiert. Häufig hört und liest man also, wie man denn MBR in die aktuellste GPT-Tabelle konvertiert, ohne dabei alles auslöschen bzw. all seine ganzen Daten verlieren zu müssen. Klar gibt es auch völlig kostenfreie Möglichkeiten, darunter sogar das ein oder andere Tool von Microsoft selbst. Allerdings sieht Benutzerfreundlichkeit etwas anders aus, schreckt daher viele verständlicherweise ab. In diesem Video führe ich euch nun das allgemeine Dilemma und seine Tücken vor und zeige anschließend, wie ihr schnell und effektiv MBR in GPT umwandeln könnt, ohne Daten zu verlieren. All das mit dem nützlichen Tool namens Minitool Partition Wizard. Dieses dürfte viel in sich gleich schon jahrelang bekannt sein. Es ist tatsächlich recht vielseitig, bietet nicht nur allgemeine Partitionierungsfunktionalität, sondern beherrscht ebenso Klon- und Konvertierungsvorgänge. Einiges davon ist sogar mit der völlig kostenfreien Version umsetzbar. An der Stelle will ich jedoch ganz klar erwähnt haben, dass es sich hierbei um einen gesponserten Beitrag meinerseits handelt, was so viel heißt, dass ich einen kleinen, bescheidenen Geldbetrag fürs heutige Video kassiere. Jeder Euro hilft mir, meine Rechnungen zu bezahlen und Kosten zu decken, beziehungsweise meinen Kanal aufrechtzuerhalten. Dennoch nimmt Sponsoring keinen Einfluss auf meine Meinung, weswegen ich euch ebenso sage, dass nicht nur Minitool solche Features beherrscht, sondern andere Softwarepakete vieler Konkurrenten genauso. Bevor wir fortfahren, will ich eines gleich klarstellen, Damit das, was ich euch heute zeige, auch funktioniert, müsst ihr euch davon überzeugen, dass euer Mainboard UFI-fähig ist, also nicht über das klassische Legacy-Bios verfügt. Natürlich gäbe es bestimmte inoffizielle Umwege, doch es müssten bestimmte Modifikationen stattfinden, auf die ich heute nicht näher eingehen möchte. Dann legen wir mal los. Vorbereitet habe ich hier schon eine aktuelle Windows 10 Installation. Um überhaupt zu checken, von welcher Partitionstabelle euer Windows gerade Gebrauch macht, könnt ihr unter anderem das Disk-Management aufrufen und das Laufwerk in Frage genauer beäugeln. Ihr seht, mein Windows 10 läuft in dem Fall noch mit dem Masterboot-Record MBR. Ignoriert übrigens mein zweites Laufwerk, das mit Windows 11 betitelt ist, das ist nämlich meine persönliche Privatinstallation. Ein Weg, um zu checken, ob euer PC Windows 11 tauglich ist, wäre sich das PC-Health-Check-Tool von Microsoft herunterzuladen. Diese spuckt in meinem Fall auch gleich aus, dass Secure Boot von Newton ist. Würde ich nun meinen Windows 11 USB-Stick mit meinem PC verbinden und die Installation starten wollen, würde man mich genau wegen Secure Boot nicht weiterlassen. Secure Boot ist aber eher etwas, was mit UEFI und somit GPT-Partitionstabellen in Verbindung gebracht wird. Trotzdem stelle ich mich erstmal unerfahren und gehe Schritt für Schritt der Spur nach. Ich boot also in mein UEFI-BIOS, also in die Firmware meines Mainboards, und mache die Secure Boot-Funktion auswendig. Diese Funktion versuche ich einfach zu aktivieren, was mir dann leider missglückt. Es ist ein Platform-Key, also Plattform-Schlüssel notwendig. Ein solcher lässt sich auch ohne gröbere Probleme installieren, doch nun heißt es, dass CSM deaktiviert werden müsse. Naja, auch kein Problem. Nach Abspeichern und einem Reboot lässt sich dadurch auch endlich Secure Boot aktivieren. Blöd nur, dass dadurch das altmodische Legacy-Laufwerk im UEFI-BIOS wegfällt, also genau da, wo mein Windows 10 drauf ist. Obwohl ja die über SATA angebundene SSD nach wie vor angeschlossen ist. So kommen wir also hier nicht weiter. Die Schritte, die ich getan habe, müssen also erstmal wieder rückgängig gemacht werden. Wieder zurück im Disk-Management könnte man ja gucken, ob sich eventuell die Möglichkeit ergibt, hier ganz simpel in GPT umzuwandeln. Geht natürlich nicht. Zeit also, um das Software-Paket Minitool Partition Wizard zur Hilfe zu nehmen. Es stehen uns tatsächlich mehrere Sprachen zur Auswahl, doch ich bleibe wie gewohnt bei Englisch. Im nächsten Schritt wird uns sogar zuvorkommend eine Testversion der Pro-Ausführung des Partition Wizard angeboten. In dem Fall würde ich hier nicht Nein dazu sagen, auch wenn ich über einen Lizenzschlüssel verfüge. Vielleicht brauchen wir den auch gar nicht. Mal sehen. Anschließend erfolgt eine stinknormale Installation, wie man's halt kennt. So, nun gut. Erkannt werden beide meiner SSDs. Ihr seht schon, meine private Installation läuft mit der passenden GPT-Partitionstabelle. Das heutige Laufwerk hingegen fährt noch mit MBR. Man wählt also einfach das Ziel-Laufwerk aus und leitet die MBR-GPT-Konvertierung ein. Wir werden jedoch vorab gewarnt, dass nach der Konvertierung vom Legacy-BIOS auf UEFI umgestellt werden sollte. Ansonsten wird aus dem Buten des GPT-Laufwerks nichts. Am Ende ist noch eine Bestätigung notwendig. Leider aber handelt es sich dann doch nur um eine begrenzte Testversion, der Pro-Variante des Partition Wizard, was schon etwas schade und irreführend sein kann. Naja, schwamm drüber, dann hau ich halt mal eben meinen Lizenzschlüssel ins Feld und gut ist. Weil sich das Betriebssystem auf dem betroffenen Laufwerk befindet, muss für einen solchen Eingriff tatsächlich der PC neu gestartet werden. Wenige Sekunden werkelt dann die Software von Minitool vor dem Windows-Boot-Vorgang an der Konvertierung der Partitionstabelle und startet anschließend den PC wieder neu. An der Stelle wäre es durchaus ratsam, nochmal das BIOS bzw. UEFI zu besuchen und das Boot-Menü anzupassen. Wie durch Zauberhand erkennt nun mein UEFI-BIOS die GPT-Partition und erlaubt es mir ohne weitere Anpassungen, hier von meinem noch Windows-10-Laufwerk zu booten. Das klappt auch wie am Schnürchen und Datenverlust kann ich keinen melden. Sämtliche Programme und persönliche Dateien sind alle noch vorhanden. Darin hat sich nichts geändert. Die Arbeit des Minitool Partition Wizard wäre an der Stelle getan. Es ist durchaus erschreckend, wie einfach sowas doch gehen kann, wenn man bedenkt, dass es sich um einen durchaus größeren Eingriff handelt. Der Rest erklärt sich nun wahrscheinlich von selbst. Auf Windows 11 nun ganz offiziell abzugraden, fällt nun gar nicht mehr schwer. Hierfür muss auch kaum etwas getan werden. Nach vielleicht 10 bis 20 Minuten habe ich meine veraltete Windows-10-Installation in eine brandaktuelle mit Windows 11 verwandelt. Der Minitool Partition Wizard verdient an der Stelle für seine Simplizität, Geschwindigkeit und natürlich Benutzerfreundlichkeit ein dickes Loop. Natürlich war der gezeigte Vorgang nicht kostenfrei. Ob es einem das Geld am Ende wert ist, muss jede für sich entscheiden. Alternativ könnte man auf die etwas aufwendigere und kompliziertere Option von Microsoft selbst ausweichen oder legt einfach eine frische Installation von Windows 11 an mit den bereits passenden Voreinstellungen. In diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal für heute und hoffe, dass dieses Video zumindest dem ein oder anderen etwas gebracht hat. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute!